An der Platte sind sie einfach überragend. Eigentlich auch Bundesliga-tauglich. Die Weinheimer Tischtennis-Damen haben nämlich sportlich den Aufstieg schon unter Dach und Fach, aber er muss am grünen Tisch errungen werden. Woran es klemmt, was Hoffnung macht und auch woher ungewöhnliche Unterstützung kommt, das zeigt Ihnen Marcel Schreiner. Die Meisterschaft haben die TTC-Damen so gut wie sicher. Der Aufstieg ist rein rechnerisch, ohnehin unter Dach und Fach. Es läuft für Weinheim. Im letzten Saison-Heimspiel gegen Üntröp am Wochenende gab es entsprechend auch einen 6 zu 1 Sieg. Ich denke, jeder hat heute gesehen, dass wir ein super Team sind, super zusammen spielen und heute alles reingehauen haben. Es folgt das große Aber. Eines der Erfolgsrezepte ist nämlich, dass die Damen gleichzeitig mit den Drittliga-Herren spielen, so den organisatorischen Aufwand gering halten und gleichzeitig die Halle mit Publikum füllen. In der ersten Liga dürften sie das Stand jetzt nicht mehr. Denn der Verband will die Damen-Bundesliga nur alleine in einer Halle sehen. Selbst für den Gästetrainer ein absolutes Unding. Wenn man sieht, was hier in Weinheim passiert, die haben eine Halle, die ist im Top-Zustand. Dritte Bundesliga-Herren, richtig gute Qualität. Und wenn sie es dann auch noch hinbekommen, aufzusteigen und in der ersten Liga dann diesen Doppelspieltag zu haben, wie sie es auch jetzt hier heute haben, dann kann ich nur sagen, das ist der richtige Schritt nach vorne in unserer Sportart. Super Stimmung, tolle Atmosphäre und die Bedingungen sind auch gut. Und ja, das wünscht man sich dann auch als Gastmannschaft. Sportlich wäre der Schritt in die Erstklassigkeit nicht nur verdient, sondern eben auch wichtig für die Entwicklung der einzelnen Spielerinnen. Gerade für uns junge Spielerinnen ist es immer gut, gefordert zu werden, auch mal viele Spiele zu verlieren, dass man daraus lernen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der TTC Weinheim sogar einen Sportrechtler an die Seite geholt. In der Hoffnung, den Deutschen Tischtennisbund DTTB davon zu überzeugen, dass der Doppelspieltag in Weinheim auch in Liga 1 passt. Wer weiß, vielleicht tut sich ja beim DTTB noch was und wir könnten den Sprung in die erste Bundesliga wagen. Nach den bisher zwölf Saisonsiegen fällt Weinheims Damen also nur noch eins – der Erfolg am grünen Tisch. DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-DTTB-D